Ne, da warte ich mal ab. So. Boom. That me is the way to follow. Neeee. That's the head of the head. That the head of the head doesn't leave here, but the head of thegrade sky. Ah, now I got lost. Ja toll, jetzt habe ich meine Maske verloren. Scheiße. Ah, der Österreicher ist wieder da. Hallo! Nein! So kurz vorm Ende, du dummer Spasti! Hätte ich meine Maske noch gehabt, wäre das nicht passiert. Frömm. Frömm. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, Shen hat auch Kopfschmerzen und ich habe auch leichte Kopfschmerzen. Ich glaube, das liegt am Wetter. Da finden sich die Ösis im Chat. So, ich möchte diese Maske bitte nicht verlieren. Ich bin ein bisschen schmerzen. Ich bin ein bisschen schmerzen. Ich bin ein bisschen schmerzen. Das ist aber nicht nett. Oh nein, hier sind die Springdinger wieder. Da hätte ich doch locker weiterlaufen können. Überforderung. Puh, dem weiche ich nicht aus. So. 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 Ich habe, wie immer, meinen Akku verloren. Boah. Puh. Puh. Guck mal, das ist der letzte. Okay. Einfach nur ein bisschen abwarten, ein bisschen langsam machen und dann geht das. Oh. Freiküli, ich bin super nice. Ja. Der Kuro ist super nice. So. Was kommt jetzt? Ach genau, Pinstripe. Juhu. Ja. Manchmal hat man auch Glück. Manchmal passt das Timing einfach, aber irgendwie bei mir heute passt gar nichts. Ja. Ja. Kann man dich eigentlich... Ja, dich kann man auch so treffen. Das ist ja gut. Ich dachte, dich könnte man nur treffen, wenn du Ladehemmung hast. Juhu. Ja. Oh, du stehst viel zu weit weg. Puh. Ja. Nice. Das hat nichts mehr. Ja, ja, ja. The High Road. Kommt das jetzt? Hm. Doch. Das könnte sein. Jetzt kommt irgendwas, was noch hinten dran ist. Das ist irgendein... Irgendein Room wieder. Hier, ähm... Oh nein, das ist doch das. Nein. Aber hier dürfen wir ja zum Glück sterben. Ja, kommt. Nein, oder? Wir können auch alles holen, ne? Wir können auch alles holen, ne? Wow. Ich mein, hier könnten wir alles holen, weil der rote Edelsteiner war, mein ich, im ersten Level gewesen. Schweinchen. Ja, hier bekommst du alles. Dankeschön, Rick. Ja. Wenn ich denn überhaupt bis zum Level-Ende komme, ne? Ich weiß, man kann auch über die Seile laufen, aber noch nicht. Noch nicht. Wenn man bis zum Ende kommt, ja. Dreh dich um. Scheiß Schildkröte. Ich liebe es. Aaaaahhhhhh. Wir haben ja genug Leben. Ja, aber diese... Dankeschön für den Mitleids-Akku. Der Countdown läuft. Ähm, was meinst du mit den Edelsteinen? Achso, ähm, in manchen Leveln kann man nicht alle Kisten holen, weil man braucht da so einen Edelstein, den man in einem anderen Level bekommt. Ach komm, ey! Ähm, mit dem kommt man dann in eine andere Gegend noch, wo noch ein paar Kisten rumstehen. Und deswegen muss man manchmal nicht alle Kisten einsammeln, weil man sowieso nicht alle Kisten einsammeln kann. Falls du das meintest. Ah, fuck you! Oh, okay. Oh, okay. So, bis ganz nach unten. Ja, bis ganz nach unten laufen. Och, Mann. Können wir die Schweinchen eigentlich mit der Maske kaputt machen? Tatsache! Das war von Herkules, ne? Ich meine, da hätte der kleine Dicke das dem Herkules zugerufen. Alter, ich komme nicht mehr drei Sprünge weit in dem Level. Die Maske bringt mich hier auch sehr viel weiter, muss ich sagen. Also, das ist ein echter Helfer. Ich bin nach Hause. Das ist so ein Kacklevel. Ich glaube, das ist im Original einfacher als hier. Dafür habe ich jetzt so lange gebraucht, um diesen Satz zu formulieren. Wahnsinn! Natürlich ist das einfacher als... Es ist genau die gleiche Physik-Engine wie im Original. Deswegen springt man auch hier andauernd an den Scheiß-Dingern vorbei. Ach ja, 85 Leben. Game over, ich komme. Ja, da habe ich, glaube ich, mal so ein Video gesehen. Aber es ist halt auch ein Kacklevel. Schweinchen! Und da hing es in der Luft fest. Mann! Ich habe das... Ich habe diese Schildkröte berührt und bin einfach drüber geglitscht. Das hat man eindeutig gesehen. Okay, Vielen Dank.